32 3 SHEN EJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJ Ja so 1 Autsch. Autsch. Prink. Wir hatten ja mich getroffen. Oh, von unten. Weggesenzt. Ich kann ihn ignorieren. Der Capra da drüben macht mir ein bisschen Sorge. Wahrscheinlich ignoriert er einen. Hmm. Wir gucken erstmal was das da ist. Gott, wir werden sterben. Oh. Genau. Auch was. Au. So unfair. Alter. Okay, ich hab gesagt die sterben. Aber das ist relativ easy. Das ist der Asylum Demon. Bloß noch mit Feuer. Äh. Feuer. Oh. 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 Du bist weg. Wie viele haben wir da liegen? 15 das ist so schleudert Bitte wird nicht getriggert. Doch, was getriggert? Wir rennen einfach durch. Und... Moin, Dickerchen. Mitten im Flug noch getriggert. Okay, das war jetzt gerade echt böse. Äh, komm. Geh weg. Der hat mich gerade ein bisschen sehr stark dran gekriegt. Ah, warnt bis 15k. Ich weiß, ich müsste hier eigentlich nicht machen. Dann geht es mir wirklich nicht auf den Sack. Ich gegen den da kämpfe. Wieso? Wieso? Der schlägt nach hinten. Wow, Dämonen-Großhaxt. How useful. So. Guck mal auf, gut, ich muss jetzt erstmal ignorieren. Ach, schon wieder. Ja, also wieder. So. 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 warum trifft mich das alter ist die agier packe okay es ist es 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 Ach. War daneben. Es kann ja mal schon wieder lustig werden. Und warum machst du mir andauernd ein zweites Leerzeichen mit rein? Oh. Oh. Weiß ich, irgendwas ist gerade komisch. Ich glaube, ich bin gerade zu dumm. Dumm, 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 dumm. Ob es dran liegt, dass ich zu lange nicht mehr gespielt habe? Oder hat sich durch Lorbenwessel irgendwas geändert an der Schwierigkeit vom Spiel? Zum Beispiel. Obwohl. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. du bist mir egal so wieder mal da es gibt es doch nicht bitte macht es das modus und unser user was zum ich weiß nicht wo die explosion auftaucht die explosion kommt immer irgendwo mach mal ganz kurz eine pause meine katze nervt grad so bis gleich so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 da er schlägt zur seite und irgendwo explodierte dinge jetzt ist der boden explodieren wieder den boden explodieren da war ich zu früh losgelaufen ow ow weg 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 bitte geht doch was sitzt du ärztliches boebelbombel ein dämonen beschleuniger es ist ein dämon beschleuniger es ist nix das ist nix ein schüssel ist nichts weiß ich eben nicht kalt grad da die monen beschleuniger ist mir anzeigen ddb 80 güte wir haben ihn platt gemacht da geht es runter geht es hoch da ihr von hier kommen seid da kommst du also wirklich gefährlich sind die nicht vielleicht in der masse das können sie auch dann wieder bloß eine seele das ist in anführungszeichen bloß eine seele ich sehe euch doch was war das dass du sie doch woppeln sagt nicht ich muss das auch noch langweiler war still entdeckt jetzt haben wir ein short kack short kack zur quedax sphäre ich das ding auch irgendwie wieder hoch gut gut und durch vorrasten aufsteigen geht er glaube ich wieder so und die 200 beim letzten mal beweglichkeit hätte mit ich weiß ich weiß es ist ein bisschen müll weg ausrüstung reparieren einfach mal alles was wir haben vor allen Dingen die großzinsen die brauchen wir ja langbogen graswappen spült wirst du ist nicht kaputt mit bodenlose kiste was wir nicht brauchen dabei krachen großschwert um siebel und die katana warum auch nicht mehr jetzt sind sie nun groß hochschmerz blöcke spiel den behalten wo sind sie behalten mal langbogen behalten mal leicht an was brauchen wir nicht die monen beschleuniger alles man kann weg schädel damit behalten wir schild rot weiß das wappenschild behalten wir drachen wappenschild brauchen wir nicht so rustungen haben wir irgendwas neues die die wir ausgerüstet haben ja das höhenkrieger lindentuch ein bisschen aufgeräumt